Mehr Oberlinie und da unten noch ein Sohn, vielleicht ein Knobel oder jetzt ein Schulbein geht da mal entlang und schaue, spüre ich im Gefallstippel, spüre ich hier um, schaue mal dann an die Brust, ob sie gleichmäßig ist, ist es schief, ist es gerade, habe ich auf einer Seite mehr, habe ich auf der anderen Seite weniger, dann schaue ich mal so, links sage ich mal rechts, haue ich einen Widerriss in der innere Richtung, wie gesagt, die Dornstagsätze gehen nach oben, das schiebe in der Richtung, das macht noch in der sich raus, die Leine ein bisschen dazu, ein bisschen unterschieben, aber es ist nicht dramatisch. Wir sehen die Sohle, der Vater hat eine Sohle, ist sogar ein Drittel und zwei Drittel schon.